Ich bin Geraldine und ich rücke jetzt in meine RS ein. Beruflich bin ich Zugbegleiterin bei der SBB und meine Hobbys sind Theater spielen, Feuerschows machen, neuerdings Gitarren spielen. Meine Motivation als Frau Militär zu gehen ist, dass es mich zum einen schon interessiert hat und ich auch durch die Kollegen und Kolleginnen ein bisschen geprägt wurde und sie mir von ihr ein Erlebnis erzählt haben. Ich habe gemerkt, dass es wahrscheinlich schon etwas für mich wäre. Es ist etwas, das hilft, aus der Komfortzone herauszukommen. Ich hatte jetzt zwei Wochen Distance Learning mit dem LMS-Programm. Das ging grundsätzlich nicht schlecht, weil man sich schön einteilen konnte und hatte trotzdem noch seine Freizeit. Das Problem war, dass es eigentlich nur eine Theorie war und es ist halt trotzdem relativ viel Stoff. Und wenn man nicht gerade jemanden hat, den man nachfragen kann, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, um alles zu verstehen. Also vermissen werde ich sicher meine Kollegen und meine Hobbys. Das Hobby, das ich im Moment am meisten mache, ist die Feuerschow. Man kann sich manchmal nicht so ganz etwas drungen vorstellen. Das ist einfach jonglieren mit Feuer, mit diversen verschiedenen Spielzeugen. Im Militär freue ich mich auf die Kameradschaft, auf gute Erlebnisse, auf neue Dinge, die man lernt und hoffentlich noch im Leben brauchen kann. U.js Untertitelung. BR 2018